Servus zu Let's Play Dead Island Together mit mir, NoNameLPs und mit meinem sehr geehrt, geschätzten, langwehrigen Kollegen, Freund, Assi Spetzl, keine Ahnung, Ehemann, genau, Ehemann, stell dir bitte vor, Leise LP, Leise LP, und wir machen es weiter und versuchen, vor der Zombie-Apokalypse abzuhauen. Oh ja, oh ja. Drücke umschalten, um zu rennen. Und ich hab da echt, ich hab da echt. Ach, da muss jetzt rein, ja toll. Jetzt muss ich im Aufzug rein. Ja, da muss ich jetzt auch hin und ich hab keine Lust drauf, weil da kommt die Szene, wo man rennen muss. Begib dich in die Fahrstuhl-Kabine. Oh nein, jetzt kommt eine Filmsequenz. Oh nein, das sind die Zombies. Oh nein, bitte. Oh nein. Na, das sind nur Überlebende, oder? Na, das sind Zombies. Oh nein, ich hab da keine Lust drauf, ich kann das nicht. In Gegensatzte Richtung laufen, ne? Du weißt wahrscheinlich. Wo hin muss ich rennen, wo hin muss ich rennen? Verdammt. Jetzt, in die Storage-Apokalypse. Oh, ich hab da keine Lust drauf, bitte. Okay, ducken, raus. Okay, da bin ich momentan nicht mehr. Oh nein, ich hab da echt keine Lust drauf, das geht mal, 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 das geht mal. In Rücken und Mark, ich weiß überhaupt nicht, wohin ich muss. Also, ich will momentan nur looten. Ja, ich bin nur, aber dann kommen die Zombies. Und dann? Ja, du hast ja noch ein wenig Zeit, bis die Kameran. Erstmal wieder Taschenlampe einschalten. Ich hab schon gesagt, Alter, das endet in nem Desaster, weil ich wahrscheinlich wieder fünfmal in die falsche Richtung renne. So, mal wieder. Da ist schon ein Zombie. Oh, nee, bitte. Ich mag die Sequenz nicht. Ich hab ne LP 4000 Batterie, die bringt uns Glück. Äh, damit kannst du Starkstrom Waffen bauen. Da ist ein Zombie. Hat der irgendwas? Oh, verdammt, ist der tot, ja. Zombies sind ja eigentlich nicht tot. Jetzt kommt der Korridor. Ja, ich bin ja gerade in den Korridor. Da hinten ist ein Zombie, wohl muss ich rennen, einfach in die Tür. In die gegengesetzte Richtung. Ich bin, ich bin schon am Laufen. Oh, lass mich da rein, bitte. Ich bin schon am Laufen. Filmsequenz. Filmsequenz. Ja, 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 ja. Du hast es geschafft. Filmsequenz. Ja. Ja. Hast du mir das mit der gegengesetzten Richtung nicht gesagt, ne? Ja, ja. Fuck. Ihr gehört, was er gesagt hat. Psst. 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 Raus aus den Federn. Okay. Bist du da jetzt auf? Oh, schrecklicher Albtraum erwacht, oder? Ich hab mich so angeschissen, Alter. Hättest du nicht gesagt, dass ich in die gegengesetzte Richtung rennen muss? Ich glaub, ich wär auf der geraden Falle. Ich bin jetzt draußen in der Badehütte, mein Sinemoi. Ja, bei mir kommt jetzt noch dieses Prolog raus aus den Federn. Das sollten sie jetzt auch einmal schneller laden. Mein Gott. Haus und Mitleid, Junge. Da, jetzt kommt Filmsequenz. Oh, Hospitalismus, oder was? Ich bin jetzt in dieser Strandhütte. Ja, sehr gut. Dort kannst du in der Strandhütte looten und dann connectionen wir uns. Boah, die haben alle voll die Probleme hier. Ey, wo hast du? Du musst mal den am Klo mit dem am Klo muss reden. Dann kannst du ihn doch nicht zu φteln. Ich äh, da soll ihn eben überwiesen werden. Fuck, Alter, was geht mit den Leuten hier ab? Hier, er kann man nicht mehr. draußen wo kann ich in der Axt aufsammeln ein Textdokument ach so ja ja neben dem Bett neben dem Bett ok er ist aufstehen da liegt ein Grünsbuch das kannst du aufsammeln oh wenn ich jetzt wüsste wo das in der Stadt da wahrscheinlich irgendwo so also ich gehe jetzt mal raus weil dann können wir uns connecten so wollten wir draußen sagen ich finde kein Axt aber ja ach ne da ist er ah fuck so und ich geh jetzt raus ja ja ich hab jetzt mein Paddel und jetzt wird draufkaut auf 3 1 2 3 ja du fucking Fredo jetzt wird draufkaut meine Freunde ah toll aber ja dann gib mir halt ne Waffe verdammt ja neben der Tür steht ein Paddel 1 2 3 los ist Barm jawohl da sind die Zombies ich muss dem helfen komm 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 geht los ich muss dem helfen war der haut mich gleich vom Steg die Drecksau oh ja was mir gesagt die Eude Drecksau so warte so warte bam wer greift mich hier an du so ich hab schon mal alle umgekaut so und der Dicke der mich runtergekaut hat stirb pssst Hello? Can you hear me? Shit. Hello? We were just attacked. Listen, your friend from the hotel is awake. You were right about him being immune to this thing. If it wasn't for him, we wouldn't have made it. Maybe now we can hold out until help arrives. There is no help. This thing can't be stopped. I saw how it took my life. You need to get out of there and I can help you. I can arrange for transportation. By air, by sea. But first you need to get here. To me. I have many sick and injured here, mate. They're crazy with fear. Tell me where you are. Where are you? You there, mate? Hello? Hello? God damn it. We didn't think you were going to make it. No thanks to you. Name's John Sinemoi. I don't know who you are. So here's the thing. I can do that. Good. Fast. Gruppen kuscheln. Aufstieg. Yay. Ich will mitmachen. Gruppen kuscheln. So, wo bist denn du jetzt? Äh, ich bin jetzt neben dem Sinemoi und ich mag gerade Gruppen kuscheln. Ja, ich bin auch neben dem Sinemoi. Und mich lucht jemand an. Hast du vom Sinemoi schon das Ding auch genommen? Seine... Mach das mal bitte, Edgar. Ja, Moment. Ja, so. Ja, ich hab's angenommen. Ja. No thanks to you. Auf A. I didn't see you, Alvin. Okay. Dann da die Zong. Dann da die Zong. Das war's wieder für diese Folge. Ab zur nächsten Folge. Dein Schlusswort, mein Kumpel. Ja. Die nächste Folge wird blutig. Das kann ich euch versprechen. Und das in Doppelpack. Wirklich in Doppelpack. Nicht so wie jetzt in einfacher Sicht, sondern das wird... Yeah. Hell yeah. Hell yeah. Na gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Immer schön blutig. Locker bleiben.